du musst die sprache lernen aber dann auch so verwenden wie wir es wollen also musst du schon von wir sprechen sonst grenzt du dich ja selber aus aber besteht nicht darauf dass wenn wir von wir sprechen dass wir dich damit meinen und wenn du von wir sprichst und nicht wir mit meinst wirst du von uns ausgegrenzt also wer darf in deutschland 2021 sprechen mit sprechen meine ich nicht nur etwas sagen das wäre ja einfach meinungsfreiheit erstmal vieles so gedeckt nein wer darf in deutschland 2021 sprechen also wer wird als teil dieser gesellschaft wahrgenommen und akzeptiert wer darf überlegungen zu wir in die öffentlichkeit machen wessen teil seins wird durch das in sprache und behauptungen nicht in frage gestellt ganz unabhängig der inhalt der durch die meinungsfreiheit gedeckt ist das sind die die sprechen dürfen wenn aber durch deine sprache und behauptungen deine zugehörigkeit zu dieser gesellschaft in frage gestellt wird gehörst du zu denjenigen die in deutschland 2021 nicht sprechen dürfen das sprechen dürfen steht auch für das recht teilzuhaben an der öffentlichkeit sprechen dürfen als bestätigte zugehörigkeit nun wer bestimmt ich suche im internet wer darf in deutschland sprechen fragezeichen und lese die erste ergebnisse die reihe nach vor wikipedia deutsche amtssprache die einzige normativ genannte amtssprache in deutschland auf gesamtstaatliche ebene ist deutsch das zweite ergebnis eine seite der bundesregierung namens make it in germany sprechen sie deutsch deutsch lernen gehört zu den wichtigsten schritten mit denen sie sich auf ihr leben in deutschland vorbereiten können gesetze deutscher bundestag darum darf jeder mensch in deutschland im bundestag dabei sein aber dort sind nicht so viele plätze sprachenrecht wikipedia gute frage.de steht im gesetz dass man in deutschland nur deutsch sprechen soll punkt 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 nein das sprechende anderen sprachen kann nicht verboten werden punkt die nächste ergebnisse zu meiner frage wer darf in deutschland sprechen kommen direkt aus dem zitat bundesministerium des innern für bau und heimat in zusammenarbeit mit dem zitat bundesamt für migration und flüchtlinge einmal aufgeklickt lande ich auf eine pdf publikation namens zitat willkommen in deutschland informationen für zuwanderinnen und zuwanderer das nächste ergebnis auf meine frage wer darf in deutschland sprechen schickt einen direkt zum aufenthaltsrecht also was ist das für eine beziehung zwischen sprechen und zugehörigkeit wenn die rede von menschen mit nazi hintergrund ist sehe ich ein lernen und verlern möglichkeit verlernen heißt sich dem was politische aus macht ausmacht und den eigenen teil daran zu stellen wo tut es am selbstbild weh wer wird durch wem definiert und welche gewalt zeigt sich wenn diese quasi umgedreht wird gibt es einen unausgesprochenen konsens das zitat menschen mit migrationshintergrund objektiv ist und zitat menschen mit nazi hintergrund nicht konsense wie diese bauen ständige grenzen auf unsichtbar für manche und unumgehbar für andere die gewalt des alltags den begriff menschen mit nazi hintergrund verstehe ich als einladung zum gespräch zum nachdenken und zum politisches handeln und ich bin über diese einladung dankbar